Am 26. Oktober 1919 wurde der letzte Schah, Mohammed Reza Schah Pahlavi, geboren. 1941, während des Zweiten Weltkriegs, besetzten britische und sowjetische Truppen den Iran. Später kamen amerikanische Verbände hinzu. Durch das Land sollte die Nachschubroute amerikanischer Waffen vom persischen Golf zur Sowjetunion führen. Der Vater von Mohammed Reza Schah wurde zur Abdankung gezwungen. Eine Marionette sollte eingesetzt werden, aber das iranische Parlament kam den Alliierten zuvor und vereidigte 1941 Mohammed Reza als Schah. Dem Iran wurde für die Zeit nach dem Ende des Krieges der Abzug der Alliierten und ein Ausgleich für die Kriegslasten zugesichert. 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zogen die Westalliierten ab, aber die Sowjetunion weigerte sich. Die USA drohte daraufhin mit dem Wiedereinmarsch im Iran. Die Sowjetunion lenkte daraufhin ein. Die Iran-Krise markierte den Beginn des Kalten Krieges. 1951 beschloss das iranische Parlament auf Betreiben des Premierministers Mossadegh die Verstaatlichung der unter britischer Kontrolle stehenden Ölindustrie des Landes. Er vertrat diese Position auch vor den Vereinten Nationen. Der Schah versuchte Mossadegh zu entlassen. Dieser weigerte sich. Der Schah hatte damit seine Autorität verloren und ging nach Rom ins Exil. Der US-Geheimdienst CIA führte eine Operation durch, die schließlich zum Sturz Mossadeghs führte. 1953 kehrte der Schah zurück. 1962 wurde gegen den Widerstand von Großgrundbesitzern und Geistlichkeit eine große Landreform durchgesetzt. Die Großgrundbesitzer mussten den Großteil ihres Landes an den Staat verkaufen, der es zu niedrigeren Preisen an die landlosen Bauern abgab. 1963 wurden die Reformen in dem Reformprogramm die Weiße Revolution gebündelt. Iran sollte aus einem feudal geprägten Agrarstaat in einen modernen Industriestaat überführt werden. Mit großer Mehrheit wurde das Programm durch ein nationales Referendum verabschiedet. Simon-Viewer 25.000 25.000 19.000 20.000 20.000 31.000 22.000 23.000 zte Vielen Dank.